Hallo Leute, herzlich willkommen wieder bei der nächsten Episode bei Bad Horrors. Wir spielen heute Scheiße und böse Scheiße. So, hallo? Ja, ich will erst mal Koba kaufen. Hallo? Kann ich kein Koba kaufen? Ich will Eisen. Der steht auf Gold oder was? Gibt es hier irgendwo Eisen? Ja, hier. Wo? Aua. Ich brenne, ich brenne, Aua, Aua, Aua. Kann ich schübsen? Nein. Jetzt Achtung. Sehr gut. Ich glaube, das erste ist wohl jetzt schon abgebaut. Ah! Einer kommt doch! Einer kommt! Einer kommt! Scheiße. Der Penner. LOL! Was? Er ist hier für Leben, gell? Hab ihn. Hab ihn. Alter, was für ein Pisser. Hör auf! Nein, wir müssen doch in die Mitte kommen. Ich hab keine Sachen noch, gell? Dann mach dir, weißt du. Du Schlauchmeier. Was macht ihr? Soll sowas wie machen? Wie kackst du dich auf oder was? Soll ich. Gold habe ich nicht, gell? Erstmal, was kann ich mir was machen? Was machen wir? Was machen wir? Ekkor. Scheiße. Mir fehlt ein Gold. Pass auf, da kommt jemand zu uns. Willst du mich verarschen? Pass auf, pass auf, pass auf! Ah, der ist runtergefallen. Du Opfer. Hallo? Ist kein Opfer? Wieso habe ich Gold genommen? Egal. Wie stark sind die Rüstungen und weiter? Rüstung brauche ich so viel. Die Kieper. Die Kieper. Die Kieper. Die Kieper. Okay. Das war ein Kieper. Ah. Ist jemand da oder was? Ja. Ah. 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 Gut. Woh. Ah. Ah. Hä's. Schaue mit in die Mitte. Gold. Ja ist klar wir brauchen Gold. Ist dir das schon bewusst, gell? Pass auf! Nein! Alter was hat der? Ja, meint ich den. Rückstoß oder was? Tür, Tür leer. Ich komme, ich bin tot, tot. Team Blau will uns angreifen. Echt? Weil wir so opacers sind. Ich habe kein Spiel. Ich habe kein Spiel. Ja, das ist so gut. Es kommt einer. Ich baue dich hoch. Kann ich nicht. Ich habe nichts. Es läuft nichts von mir, aber ja. Ich brauche die auch nicht. Alles muss man jetzt selber machen. Entschuldigung. Passiert. Er kommt. Pass auf, Esther. Ist er? Oh, super. Ich bin tot. Ich sag doch, er ist da. Jetzt musst du es reißen. Töte alle. Ja, toll. Und hol den Orden. Ey, du kannst mich mal. Und du, Katz nicht wahr. Und du, Katz nicht wahr. Sebastian jedes kill, jeden kill wo du machst, mit deinen Beatiestu zu machen. ich bin weg so leute ich werde sagen das war's und wir sehen uns das nächste mal